Leider herzlichen Willkommen, ich grüße euch, ich hoffe euch geht es gut zu einer weiteren Folge YPC Talk. Der Kampf aufs Finale beginnt, YPC Best 2023, Episode Nummer 9. Wir sind im Halbfinale angekommen und wer es noch nicht gesehen hat und sich nicht spoilern lassen will, wer im Halbfinale ist oder wer vielleicht gut abgeschnitten in dieser Folge oder was für schreckliche Sachen mal wieder passieren, sollte jetzt abschalten oder ihr bleibt einfach dran. Und heute, Leute, einen Spoiler gebe ich euch, er ist wieder da, Leute, am dritten Tage auferstanden. Der Mensch, der mit der Angelroute übers Wasser gehen kann und das Wasser dabei gleichzeitig spalten kann. Der Mensch, der mit uns regelmäßig das Brot teilt, der Mensch, der blinde Leute wieder sehen lassen kann. Kein anderer als Mr. Turketon. Ich grüße dich, mein Freund. Einen wunderschönen guten Abend und es ist endlich wieder soweit, wie mich das angekotzt hat, die letzten Wochen nicht dabei zu sein. War schön, man hört auch immer noch ein bisschen die Stimme, die Corona ist jetzt weg, laut Tests. Aber der Hals ist immer noch ein bisschen kaputt, also bitte entschuldigt, wenn ich heute ein bisschen rumhuste. Aber ich wollte es mir nicht nehmen, dass es endlich wieder dabei zu sein. Und danke, dass du es allein durchgezogen hast, mein Lieber. Ich weiß, es war nicht einfach. Junge, jede Folge hat sich so... Ich habe mir jedes Mal gedacht, wenn ich einer dieser Personen da draußen wäre, ich würde mich so langweilen, glaube ich. Ich habe dich wirklich vermisst, weil man kann sich sonst immer so die Bälle so zuschmeißen. Unsere Meinungen sind immer so unterschiedlich und trotzdem verstehen wir uns, trotzdem so weißt du. Und wir poppen uns so, das macht einfach Spaß da, das macht einfach Spaß. Und dann merkt man erst mal wieder, die Dinge, die man nicht hat, erst dann weiß man sie wieder zu schätzen. Dafür sehen wir das Niveau des Talks auf jeden Fall. Das kriegen wir heute wieder hin. Wenn ihr wieder ein bisschen mehr Niveau haben wollt, schaut euch in der letzten Folge an. Jetzt geht es wieder rasant nach unten. Jetzt sind wir wieder im Sturzflug. Schneilt euch an, macht die Sicherheitsgurte fest. Guckt, dass die Atemmasken richtig aufgesetzt werden. Ey, apropos. Und kommt zum Absturz. Lass mal kurz noch über deine Krankheit reden. Was hast du für Symptome gehabt? Komplette Gliederschmerzen, hohes Fieber, Husten. Ja. Okay, hast du gefühlt, bist du gefühlt komplett weg jetzt oder was? Oder wann gehst du wieder ran arbeiten? Morgen. Morgen gehe ich wieder arbeiten. Krass. Also wenn die Leute das sehen, bist du eigentlich schon auf der Arbeit. Genau, genau. Wie gesagt, ich sitze hier im Homeoffice. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht ins Büro gehen, weil ich sage, ich habe zwar einen negativen Corona-Test, der weiß, wie aussagekräftig der wirklich ist. Aber ab Montag, Montag bin ich wieder pünktlich zum Geburtstag, fahre ich in die Firma rein. Montag hast du Geburtstag? Alter. 36, Mann. 36. Die Zeit ist vorbei, Mann. Jetzt geht es nur steil auf die 40 zu. So was muss ich mir merken. Ey, Leute, ihr da draußen, ich bin einfach überhaupt kein Geburtstagsgedächtnis. Aber, ne, ihr müsst mich daran erinnern, dass Turketten am Montag Geburtstag hat. Okay, schreibt mir bei Instagram. Leute, das ist ganz einfach. 13. März, 87, Freitag der 13., da wo Turketten Geburtstag hat. Du hast, guck mal, du hast am 13.3. Geburtstag, das kann ich mir so gut merken, weil ich am 13.2. Geburtstag habe. Siehste? Aber du hast mir auch nicht gratuliert, oder? Doch. Wie viel ist der Sicht da? Aber wahrscheinlich war ich wieder zu spät irgendwie, weil Facebook, ich irgendwie abends reingucke, oh, Eis hat Geburtstag. Facebook, Junge, Alter. Wahrscheinlich habe ich es auf Instagram bei dir gesehen. Ich glaube, auf Instagram habe ich das gelebt. Echt? Habe ich da nicht alles ausgemacht? Ist ja egal. Turketten hat bestimmt gratuliert, er hat gratuliert. 13.3. Mr. Turketten, Alter. Mr. Turketten. Freitag der 13., Leute. Freitag der 13., dann wisst ihr Bescheid, warum sich hier das Niveau so sinkt. Ja, aber jetzt geht es wieder gut und man merkt, ich habe lange nicht reden können und jetzt muss das alles raus. Es muss raus, Leute. Es muss raus. Ich wusste eben gerade schon leiden, Leute. Ich wusste eben gerade schon leiden. Immer egal, was man im Turket anspricht, der Hass kommt durch. Es wird wieder witzig. Aber lass mal über die Folge reden. Lass erst mal kurz, wir sind im Halbfinale. Im Halbfinale sind LMAB, Molex, B1-Bootcenter, Abu Garcia, Zek, 13, Fischig, Xavace, Gireh oder Redfine. Nee. Diese acht Teams haben es geschafft. Und Molex. Hast du, habe ich Molex übersprungen? Ich glaube, ja. Okay. Und Molex natürlich, mit Lukas Ripplinger. Und hast du alle Folgen gesehen bis dahin? Ja. Ja, cool. Und wir haben neue Regeln. Gleich, gleich vorweg. Ja. Ich bin von Ike sehr überrascht. Ich war ja nicht mehr da. Da sind wir doch noch gar nicht. Erst mal Regeln. Ach so. Oder meinst du, oder reden wir noch davor? Also ich wollte einfach nur sagen, dass ich sehr überrascht bin. Nicht nur von heute, von Ike, sondern auch davor. Der ist langsam wirklich echt ansehbar. Also, wir werden darüber sprechen. Ansehen, ja, hören. Er hat schon noch seine Höhen, sage ich mal. Höhen. Aber seine Höhen haben wir oft in der Soundwave. Aber ich muss sagen, ich finde auch schon in den letzten Folgen richtig gut, wie viel er erklärt. Also er hat schon Ahnung von Angeln, muss man sagen. Und ich finde es nicht schlecht, was er macht. Was denn? Egal. Du hast auch die Regeln. Ich mache gleich wieder ein Beispiel. Die neuen Regeln. Wir fischen nur einen Tag. Es gibt nur fünf Fische. Und einen davon kann man per Topwater fangen. Wusstest du, dass wir die letzten Tage immer eigentlich über Bonuspunkte geredet haben? Nee, ich habe es auch nicht verstanden. Letztens mal, wo ich auch angekackte in den Kommentaren. Ich war immer auf die Idee, wenn du zwei Topwater Fische hast, also noch in der Vorrunde, dann bekommst du ein extra Kilo. Und irgendwie jemand hat mich angeschnauzt. Hatte ich auch gedacht. Das gibt es gar nicht. Hatte ich auch immer gedacht. Und heute dachte ich auch so, oh, eine gewisse Firma, die ich sehr mag, hat einen Topwater Fisch gefangen. Jetzt haben sie doch, oh, die haben kein Kilo mehr. Also ich verstehe einfach die Regeln nicht, Leute. Es gibt es nicht. Auf jeden Fall. Warum füllst du denn einen Topwater Fisch? Weil du sonst nur vier Keeper haben kannst. Du musst einen sozusagen. Das ist die Bedingung. Um Fullkarts zu haben, musst du. Finde ich auch cool. Muss auch kein extra Kilo geben. Aber bis ich das gecheckt habe, dazu musstest du erst mal fehlen, damit ich das gecheckt habe. Weil du in meinem Kopf das eingebrannt hast. Garantiert. Wäre auch die beste Regel, Mann. Na klar. Oh, Mann. Jede Regel, die Zeck weiter bringt, ist eine gute. Aber bevor die Leute sagen, Boah, der Tim ist kein LMAB-Fan mehr. Zeck und natürlich meine zweite Lieblingsmannschaft. Ganz klar. Ich gönne es nur den Zweien. Meine ist nicht dabei. Schade. Okay. Ja, Gott sei Dank. Sonst wäre es ja auch langweilig, weil dann hätten wir schon Dustin am ersten Tag den Pokal geben können und sagen können, komm, lassen wir es einfach. Junge, stell dir vor, Dustin und Mike, ihr Corneli, Alter. Ich glaube, die würden sich verstehen. Ich glaube, Dustin versteht sich mit jedem. Jeder versteht sich mit Dustin, ist so. Ist einfach Fakt. Ey, lass mal, lass mal, lass mal hier, fang an, erzähl mal ein bisschen. Erzähl mal ein bisschen, Bruder. Ich habe jetzt hier schon die Regeln gemacht. Du bist jetzt mal dran, die Leute wollen dich mal hören, weißt du? Ich war heute sehr enttäuscht von der Folge, weil zum ersten Mal hat es Abwechslung gegeben und dann tut Piretto einfach den geilen Hecht einfach schon im Wasser los. Was soll denn der Scheiß? Ich hätte gerne den Hecht wenigstens gesehen. Ich weiß noch, in einer Folge, wo du nicht dabei warst, meinte ich so, ey, wie ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es Beifang gibt und sowas alles. Und irgendwer meinte, ja, es gibt ab und zu auch mal Hechte und sowas alles. Und dann fängt Piretto tatsächlich endlich mal ein Hecht. Ich konnte es nicht fassen, Alter. Und die meinten auch alle, dass irgendwie die Hechte dort in den Gewässern eine andere Färbung haben und so. Ich hatte den auch super gerne gesehen, ey. Einfach mal super gerne gesehen. Piretto ist mir vorkommen, was aber beim Rauchen hinter der Schule erwischt worden ist. So schnell, wie der den Hecht releasen hatte. Also ich sage, ihr solltet sie schnell releasen, Leute, aber bitte. Also kurz könnt ihr schon mal so ein Hecht zeigen, ne? Wenn der einmal vorkommt in drei Wochen. So einen italienischen Hecht, Alter. Piretto, ne? Ansonsten, Piretto, schick mir ein Foto von dem italienischen Hecht, ne? Am Wochenende in der Angel-News, ja? Ja, stellst du dir vor, Alter. Das wäre so richtig. Ich war da wirklich traurig. Was soll der Scheiß jetzt? Zeig doch bitte den Hecht kurz. Ja. Oder ist da so ein amerikanischer Bessangel-Turkelton, der dann kommt? Ich habe für Bessangeln eingeschaltet, der für so ein Lumpertnächt. Scheiß Hecht und Barsch. Kommentiere ich gleich drunter. Vielleicht gibt es so einen amerikanischen Turkel, der sich dann beschweren würde, aber im besten in ihren Hecht gezeichnet. Alter, das wäre das Beste noch, Alter. Ja, das wäre wild gewesen. So ein Cowboy-Hut, weißt du, ein Turkel mit so einem Cowboy-Hut. Mit einem richtigen Redneck, Alter. Ja, genau. Ja, Texas ist ja wie Bayern, also von dem her. Ach, gleich kommen wieder die Beschwerden, Alter. Ja, Mann, hier, beschwerst du dich über Sexismus, aber machst dir Stereotypen-Sachen, ist ja wieder klar. Rednecks und so. Machst du ja Turkelton. Machst du ja Turkelton. Ey, ich fand es richtig cool am Anfang, den Recap der ganzen Teams, den Weg ins Finale, Alter. Also ins Halbfinale fand ich richtig schön gemacht, nochmal. Hat richtig richtig Spaß gemacht, nochmal zugeleihern. Kann man wissen, nächstes Mal skippen wir alle anderen Folgen und steigen erst am Halbfinale ein. Hat irgend so ein dicker Junge aus Bayern gesagt, dass man eigentlich sich das alles sparen kann. Schön, Alter. Aber ich muss dir sagen, auch nach so vielen Folgen, ich freue mich so auf YPC Boat. Es ist für mich trotzdem ermüdend, dass wir halt die ganze Zeit Bass sehen. Gut, heute haben wir wenigstens mal kurz ein Hecht. Ich finde es immer noch zu langweilig. Also ich finde immer noch, wenn wir nicht ranken müssten, wäre für mich Boat immer noch stärker, weil du einfach mehr Abwechslung hast, auch mit den Gewässern. Du siehst halt immer das Gleiche. Das Problem ist, glaube ich, bei YPC Bass, du könntest dir irgendeine Folge angucken und wenn die nicht kommentieren würden, was du gerade siehst, wüsstest du nicht, ob das gerade Halbfinale oder so, weil natürlich alles gleich ist, weil du halt in einem Gewässer bist. Das ist immer noch was, wo ich halt immer noch nicht weiß, warum man da nicht mehr machen kann. Also wahrscheinlich was nur an Eingriff. Würde es für dich interessanter sein, wenn es ein Bass-Turnierwege, aber man nur vorm Ufer aus fischen könnte? Nee, ich fände es geil, wie es die Boat wäre, dass du mehrere Sektionen hast, wo du hinfahren kannst mit dem Boot, dass du halt mehr ausfahrst. Du hast natürlich, der See ist riesig, keine Frage. Und uns wurde ja auch schon oft gesagt, dass der ja ganz komisch liegt, dass du ja verschiedene Wetterverhältnisse auch an dem See hast. Also du jetzt da rechts oben bist oder links unten ist ein Unterschied und so. Aber trotzdem fände ich es gerade so vom Feeling her besser. Fand ich zum Beispiel auch beim Bang-Finale geil, dass du ja auf dieser Insel rumgetournt bist und die auch von See zu See gefahren sind und so. Das ist das Einzige, was mich immer noch stört, auch nach den ganzen Folgen, ist ja, dass es sehr eintönig ist natürlich. Jetzt kann man sagen, ja, Tim, das ist Fischen. Mein Gott, hör auf zu jammern. Es gibt ja auch die Perch-Pro und so und da hast du ja auch nur einen Fisch und so. Aber ich finde es halt, also Brot ist für mich immer noch sehr spannend. Bei Perch-Pro ist ja auch der Unterschied, da können die ja sozusagen selbst, glaube ich, entscheiden, welche Gewässer die angeln, oder? Genau. Das macht es ja dann nochmal auch ein bisschen anders attraktiv. Stimmt, genau. Aber wie gesagt, das ist das Einzige, aber sonst, es ist halt einfach, aber wie gesagt, die Produktion ist mega geil. Ja, ja, absolut. Ich habe auch mal die Chance genutzt. Also auch mit den Drohnen, wo du letztens mal angesprochen hast, das ist exakt. Gesehen, schön ernst gesehen. Ja, klar, natürlich habe ich es gesehen. Da habe ich mal die Chance genutzt und habe mal YPC, den LMAB gelobt, weil du nicht da warst. Endlich mal keine Kritik. Ich stimme dir da hundertprozentig zu. Und heute, wo ich das Ballyboot gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, wie geil wäre das eigentlich, das für ein Ballyboot zu machen, ohne Motor. Ey, ohne Witz, wenn wir irgendwann mal dahin, und einfach nur, um Geld zu sparen, ne? Stell dir vor, wir stehen da mit unseren Ballybooten am Start, ohne E-Motor hinten, nur mit Rudern und Paddeln und dann der Start und die ganzen Boote ballern los und knallen uns die Wellen ins Ballyboot. Und wir kommen nicht weg, Alter. Siehst du uns? Ne, ich würde es ganz einfach machen. Hinten beim Ike, hinten mit der Harpune, hinten ins Boot rein und dann festmachen am Ballyboot. Und dann aber, dim, 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 dim. Leute, wer kennt auch den Crazy Frog vom Jumper, aber so würde es auch sehen. Wie wir da drüber machen, Alter. Ja, Mann. Habe ich mich letzten richtig tot gedacht. Hat irgendwann einer Hogwarts Legacy gespielt und hat dabei den Crazy Frog angemacht, Alter, als er auf dem Besen geritten ist, Alter. War super witzig, ey. War super witzig. Ey, aber es gibt noch eine Sache, die ich gesagt habe in einer der letzten Folgen. Und dann habe ich gesagt, ey, es dauert nicht mehr lange, dann fliegt einer bei den ganzen Karamba-Zamba und der Enger auf dem Boot einfach ins Wasser. Und dann sehen wir heute bei Minute 1440 Redfin, Alter. Na, Kenny Yobi einfach mal so ein Fisch im Drill. Kurz vorm Boot flippt der Haken raus, enthakt sich. Der Haken fasst bei seinem Partner Martin rein in den Kopf, ey. Und dabei tänzelt Kenny Yobi noch irgendwo da rum am Boot, ey. Ich habe ihn schon im Wasser gelegt. Ja, ich habe ihn noch drüber. Also ich habe gedacht, die Zeit fällt jetzt ins Wasser. Ohne Hitze. Und dann habe ich nur gedacht, Gott sei Dank ist der Kameramann noch da. Aber sonst wären die wahrscheinlich irgendwie so das Boot weggetrieben so mit seinem Frontmotor und die wären so hinterher geschwommen. Alter, ohne Witz, hätte Kenny nicht eingewickt, dann hätte wahrscheinlich der Kameramann einen Haken voll abgekriegt, Alter. Wenn ich jetzt mal überlege. Also wie gesagt, ich glaube, jetzt werden wieder alle rumheulen, dass der Turk eine kleine Mimose ist, aber ich würde nicht ohne Brille auf so einem Boot zu eng zusammen angeln. Ehrlich gesagt. Junge, du willst auch einen kompletten Schutzanzug anziehen, Alter. Nee, ich kenne diese Wasserfußbälle, wo man sich reinstellt. So würde ich angeln. Nein, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt schon zum zweiten Mal. Ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr bei PC Bo, ich weiß gar nicht mehr, da hat es auch schon fast einer erwischt. Oder war das nicht sogar letztes Jahr Bass mit Biretto und seinem Kollegen? Oder Biretto fast das Ding ins Auge bekommen hätte? Ich weiß es nicht mehr, Alter. Aber es war letzte Saison schon. Aber Biretto kannst du in den Kommentaren schreiben, der guckt den Talk, Alter. Der weiß es ganz sicher. Ich glaube, es war Biretto. Ich erinnere mich ganz so nicht. Ich weiß nicht, ob es Boat 2021 oder 2022 war. Da war auch schon mal fast ein Haken oder ein Köder in einem anderen drin. Also das ist gar nicht so ungefährlich. Weil die sitzen ja auch sehr eng auf dem Boden. Und wenn der halt los ist, dann fliegt halt das Ding raus auf den Meter. Das ist halt... Ist so. Wie sagt SLGF so schön? Der Mensch ist der Haken. Denkt dran. Denkt dran. Ich frage es halt einfach nur noch. Auf keinen, wenn er ihn gehakt hätte, ihn auch gewogen hätte. Dann hätten sie es auf jeden Fall gewonnen. Wäre auch Topwater gewesen. Ja, Topwater. Extra Punkte. Es gibt ja keine extra Punkte, aber stell dir vor, hängt da so ein bisschen so an der Lippe. 80 Kilo. Jawohl. Kamera für Scheiter. Easy. Easy. Oh Mann. Ja, ja. Dann lass uns... Ich habe ansonsten... Ich weiß nicht, was du sagst. Ich habe noch Mike hier stehen. Minute 20. Mike, ihr Corneli. Das war echt eine verrückte Szene. Fans, die ihn auf dem Wasser verfolgen. Ja, das war bei mir und Mike ein bisschen schlimmer. Ich habe noch geschrieben. Zweite Zeile. Ami erträglich. Schöne, ruhige, gute Tipps. Nächste Zeile, okay, doch nicht. Armer Valley Road-Fahrer. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Valley-Boot-Fahrer angeschrien, dass der so wegtreibt, weil da so viel Energie rauskommt. Ja, ey, das war wirklich weit. Alter, ich fand es echt crazy, dass sie dann da so nah... Stell dir vor, Fred Gutowski wäre auf dem Boot. Wäre anstatt Mike ihr Corneli gewesen, Alter. Junge, Fred hätte die... Weiß nicht, der hätte seine Hapune rausgeholt und hätte die erschossen, ey. Ohne Witz. Ohne Witze. Aber das war... Das fand ich crazy, wo die dann auch ihn gefilmt haben, auf dem Wasser, mit dem Handy. Das wäre so, als wenn ich auf dem Möhnesee fischen würde, auf einmal ist der Udi Bayer und ich fahre da extra hin, um ihn zu filmen, Alter. Boah, ist das crazy, Mann. Ich fand es richtig crazy. Ja, ich glaube, ich fand es gar nicht so crazy, weil ich glaube, in Amerika ist das normal. Also das ist... Für uns Deutsche, ganz ehrlich, ich glaube, Dustin Schöne wird mehr Leute auf der Straße erkennen wegen seiner Frau, als dass er angler ist. Also jetzt meine normale Durchschnittsdeutsche. Ja. Ich würde doch kein erkennen von unseren Profi-Anglern. Ich glaube, auch die wenigsten würden die Leute erkennen, wenn die irgendwelche dicken Jacken oder sowas anhaben. Ich weiß nicht, ob ich Enrico einfach so sehen würde, wenn da mehrere Angler sind. Keine Ahnung, ob ich da Enrico wie die Ventura raus sehen würde. Gut, man kann vielleicht schon mit dem Bart und so, aber ich glaube einfach für deutsche Angler oder europäische Angler ist das nicht so der Fall, dass die erkannt werden, aber ich glaube, wenn er im Central Park angelt oder so, dann laufen die hinter ihm her. Das muss so krass sein, oder? Das ist, ja, du wirst auch lachen, auch im Golf. Es gibt ja die neue Doku auf Netflix. Kommst du jetzt mit einer Golfgeschichte an, Alter? Ich komme jetzt mit einer Golfgeschichte an. Und das ist nicht Tiger Woods, Alter? Nein, nein, aber ganz normale europäische Golfe werden auch nicht erkannt. Aber die Amerikaner, da laufen die Leute hinterher. Und das ist, ich glaube schon, dass das was mit Amerika zu tun hat, dass die halt viel näher an den Fans sind, weil die halt auch viel mehr getroffen werden und so. Die wissen halt, glaube ich, dass er zum Beispiel im Central Park angelt. Und dann, glaube ich, stehen da auch 30 Leute bei ihm. Aber ich glaube, für die ist es viel normaler, so ein Star zu sein, als ich glaube, Dustin Schöne würde dich blöd angucken, wenn du mit dem Ballyboot hinfährst und sagst, ey Dustin, keine Aufwischung. Jeder wird mich angeln. Was machst du denn da? Was willst du denn? Wir kennen uns doch. Und du kennst ja auch vom Messen und so. Und ich glaube, und der Unterschied ist, glaube ich, bei Mike, Mike ist dann doch nicht so fanna wie unsere Leute, weil wenn du jetzt einfach, sage ich mal, einen Enrico anschreibst, auch als normalsterblich, musst du nicht du sein oder so. Ich glaube, jeder, der hier zuschaut, der irgendeine Frage an Enrico hat und ihn per Instagram anschreibt, glaube ich, antwortet Enrico. Ja, ja. Und Dustin auch, wir haben da nicht so das Gefühl, dass es solche Stars sind. Und sie haben ja schon dreimal nicht das Gefühl. Wenn du mit ihnen redest und sie fragst, wie sie sich finden, sind die immer ein bisschen awkward und denken sich, eigentlich machen wir ja nichts Besonderes. Also die fühlen sich nicht als Stars oder so. Die gehen nicht irgendwie über die Angelmesse und lassen sich feiern, sondern die stehen da, als ob sie ganz normal zum Stand gehören würden. Also ich kann es gerade so widersprechen. Ich war ja noch nicht auf der Angelmesse, aber so die Aufnahmen, die ich so von dir sehe, habe ich das Gefühl, die stehen halt einfach am Stand rum und wenn da jemand kommt, dann reden sie halt mit ihnen. Und Mike ist, glaube ich, schon mehr so ein Star, wo vielleicht ein paar Bodyguards auf so einer Bassmesse in Amerika sind. Das ist dann, glaube ich, eher so wie bei uns Gamescom und so Krongs und so. Ich glaube, das ist viel eher so da auf Messen und so, wie Gronkh bei uns auf der Gamescom wie jetzt bei Dustin. Also Dustin hat, glaube ich, keinen Personenschutz oder so. Ich glaube, Mike Connelly hat Personenschutz auf so einer Bassmastersmesse oder was ist da wahrscheinlich? Ja, garantiert. Was glaubst du, wie viel Einfluss? Ich meine, bei uns ist Angeln groß in den sozialen Medien. Ansonsten, da wird es ja noch im Fernsehen ausgestrahlt. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer und das ist ja ein riesengroßer Volkssport, der groß als Sport auch gefeiert wird. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer da als das. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja auch andere Preisgelder. Das ist ja ähnlich auch wie beim Golf, was die in Amerika kriegen für ein Golf-Turnier. Die kriegen da Millionen, wenn sie den ersten Platz machen. Beim White PC musst du noch Geld zahlen, dass du mitmachen darfst. Da gibt es gar kein Preisgeld für irgendjemanden. Also weiß ich, ich meine, musst du ja auch so. Ah, Digga, jetzt hier. Hallo, du kannst das Boot auch verkaufen, wenn du es kriegst. Hallo. Es gibt dieses Jahr bei Fans kein Boot mehr. Es gibt eine Angelausrüstung in Florida-Urlaub. Kannst du ja wohl verkaufen, die Angelausrüstung. Hallo. Aber nicht für zwei Millionen Euro. Den Urlaub vielleicht nicht. Ja, nee, das stimmt. Aber du hast recht. Du weißt, du weißt, was ich meine mit dem Preisgeld. Ich glaube, es gibt kein, Gibt es ein europäisches Angelturnier? In den Kommentaren gerne mal reinschreiben. Gibt es ein europäisches Angelturnier mit Preisgeld? Mir wäre jetzt keins bekannt. Aber ich schaue auch nur irgendwelche YouTube-Formate. Also wäre mal spannend, gibt es in Europa überhaupt irgendeine Berufsfischerturnier, wo du sagst, okay, da gehe ich hin, um mir ein neues Boot zu kaufen von dem Geld. Also die meisten Turniere, die ich so wahrnehme, sind glaube ich Sponsoring-Turniere, wo du halt Buy-In zahlst, um mitmachen zu können. Reden wir weiter. Ja, von dem her ist es halt anders und ich glaube, Mike ist auch komplett anders und ich glaube, der ist eher verwundert wahrscheinlich, was er da für ein europäisches Turnier mitfischt. Das wäre auch mal spannend, wenn Hecht und Barsch zuguckt. Ich hätte auch gerne mal ein Interview von Mike nach dem Turnier, wie er es jetzt auch so wahrgenommen hat, gerade auch diese Thematik mit Fischhandling und sowas, könnte man in so einem Interview auch ansprechen. Aber eben auch, wie hat er Europa wahrgenommen? War das für ihn total strange? War hier nichts passiert? Das ist so wie bei uns beim Fußball oder sowas, wenn du dann irgendwie in irgendein Land gehst, keine Ahnung, Südkorea, wo Fußball irgendwie auch eher Nischesport ist und die Koreaner kommen hier drüben und sehen hier eine volle Allianz Arena und sind vollkommen geflasht. Das ist ja auch spannend, mal von Mike zu erfahren, wie er Europa wahrgenommen hat. Ja, das stimmt, Alter. Du guckst ja nach dem Turnier wahrscheinlich, oder? Ja, ich habe nur kurz reingeguckt, aber ich bin auf die Schnelle überhaupt nicht fündig geworden, also alles gut, alles gut. Wir haben spannend in den Kommentaren, vielleicht sagt ihr, ja, Tim, gibt es, bla, hier irgendwie Niederlande. In Niederlanden oder so kann ich es mir eigentlich schon gut vorstellen, dass es sowas gibt, weil da ist ja Angeln auch auf einem anderen Niveau als jetzt in Deutschland. Aber wir haben jetzt auch nichts bekannt jetzt irgendwie, dass das irgendwie ein riesen Ding gibt. Von dem her ist, glaube ich, für Mike das ganz normal gewesen und ich glaube, und da bin ich ehrlich genug, auch wenn ich mich immer auffrige über Leute, aber ich würde auch zu Mike Connelly auf die Messe gehen. Wahrscheinlich haut er mir ins Gesicht, weil ich so viel Böses über ihn gesagt habe, aber da kann ich mir sagen, das Falsch ist von Mike Connelly. Als wenn der auch nur einmal den Talk irgendwo gesehen hat, Alter. Na klar. Mehr im Leben nicht, Bruder. Er war ein Simultanübersetzer, der hat wahrscheinlich nicht mal sein eigenes Video mit dem Karpfen gesehen, er weiß nicht mal, dass er existiert. Meinst du, sein YouTube-Channel macht sein Neffe oder was? Dazu kann ich nicht sagen. Nein, aber das ist halt, aber ich finde ihn, ich fand das war halt krass, das hat nochmal, auch wenn es nur zwei Leute waren, die man gesehen hat, in Belly war das, fand ich, ein krasses Ausmaß, was man so ja sonst so nicht erleben würde. Und das fand ich schon ausschlaggebend, so welche Reichweite und Höhen es da gibt in Amerika im Gegensatz zu uns. Ich fand es schade, dass sie mich ein bisschen mehr drauf gehalten haben. Ich hätte gerne gesehen, wie so jemand mit einer Büchse Bier in der Hand irgendwie mal Herr Connelly, hätte ich gerne gesehen. Hätte ich unterhaltsam, hätte ich unterhaltsam gefunden. Ja, wäre auf jeden Fall witzig gewesen. Was ich so krass finde, dass du überhaupt ein Bellyboot drauf darfst, die mit ihren 130 kmh Speedbooten, oder sitzt du da mit deinem kleinen scheiß Belly wahrscheinlich noch mit, du kennst ja diese, Leute, müsst ihr euch angucken, das lächerlichste bei Bellybooten in Holland, du musst da wie, wie in Deutschland, wenn du in der Grundschule bist und dieses Fahrtraining machst, musst du auch so ein kleines Fähnchen hinter dir hinterher ziehen, dass sich die Rennboote auch sehen, wenn sie sich zusammenfahren. Und ich glaube, Panty hat mir das mal erzählt, du brauchst sogar irgendwie eine Blinkleuchte oder sowas, aber ich würde mir so in die Hose machen, auf so einen Scheißsee mit den ganzen Speedbooten und du sitzt da mit deinem kleinen Zeck Bellycat, und du denkst so, oh oh, oh oh, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, oh nein, ich habe auch noch Tarnkleidung an, weil ich Angler bin, oh oh. Das muss ja nicht mal ein Belly sein, ich weiß nicht, ob du die Geschichte mit Sean Witt mitbekommen hast, mit dem Bootsunfall, ja, guckst du Samstag Angeln News, Alter, das ist nicht so gut. Ihr auch, Leute, ihr auch. Dann wisst du Bescheid. News an Samstag, Leute, ihr wisst Bescheid. Gehen wir weiter, oder? Aber so im Ganzen Mike Connelly fand ich heute sehr angenehm, er hat einmal geschrien, aber ganz ehrlich, das hat Eule auch gemacht, ich finde, vielleicht ist es auch der Schnitt, ich möchte jetzt niemanden, einer von beiden hat es gut gemacht, entweder der Schnitt oder Mike, sie handeln jetzt die Fische schneller oder eben nicht mehr sichtbar schnell, was ich vollkommen in Ordnung finde, also ich finde, da haben sie sich, glaube ich, der Kritik gut angenommen, ich habe überhaupt nichts zu meckern beim Handling, das ging fix, er hat diesmal auch Gefühltrailer-Release gehabt und hat dann erzählt, klar ist es auch einfach gut geschnitten, wir wissen es nicht, aber ich habe auf jeden Fall nichts zu meckern, ich finde es sehr gut und ich finde seine Tipps auch sehr gut. Der Fisch war auf jeden Fall sehr schnell in drei Kameras gezeigt, ja. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Was ich cool finde, war sein Dip-Tipp, weil den Dip-Tipp haben wir auch von Mark Potowski, glaube ich, letztes Jahr schon mal bekommen, mit dieser Farbe, die sie einfach eintunken, wo sie immer nur die Schwanz-Spitz-Reitung war, glaube ich, YPC-Boat letztes Jahr von Mark Potowski hat es auch schon gesagt, aber ich habe noch nirgendwo diesen Dip gefunden, auch da in den Kommentaren bitte mal Link schicken, wo man diese Dips kriegt. Das sind nämlich ganz besondere UV-Dips irgendwie, ich habe die noch nie gesehen. Ist das auch dieser Dip, wo man eigentlich illegal die Würmer mit verfärbt? Das weiß ich nicht. Es gibt ja auch jetzt so Leuchtwürmer, habe ich letztes Mal bei mir gesehen. Wahrscheinlich. Irgendwie so eine UV-Farbe, aber halt sozusagen biologisch abbaubar. Habe ich, glaube ich, mal gehört, dass es illegal ist hier in Deutschland, aber müsst ihr mal gucken. Auch in den Kommentaren, wenn ihr mehr wisst, das war ganz interessant. Ist nur, habe ich nur gehört. Schreibt es mal in die Kommentare. Mit Links am besten und Fakten dazu. Ja, genau. Wikipedia-Eintrag bitte mit dazu. Von euch selbst editiert. Und dann muss ich was richtig loben, was ich sonst immer skibbidi-skip mache. Ey, wie geil ist dieser Rapala-Werbespot? Ich habe mir keine Werbung reingeguckt. Mach das. Geh ins Video. Ich sagte, welche Minute. Warte, ich muss gucken. Lohnt sich, Leute. Auch für euch. Also, es gibt nicht die Werbung. Davon lebt Hecht und Barsch ja auch. Zweiter Block oder erster? Ich glaube, erster Block. Warte, ich schaue schon rein. Rapala sowieso immer gute Marke. Großes Lob gehen raus. An das Rapala-Öffentlichkeitsteam. Sehr, sehr stark. Leistung immer. Sehr, sehr stark. Kuss geht raus. 27, 23. Ich bin bei 24. IC Live Reaction. 27, 23. Okay, ich gehe rein. Wer ins Bootcenter bin? Ich bin gerade. Daaaannn. Kamin, Honda, order now. We build your boat. Oh. Not like you and my friend. You're not very much like you. Wie sie verstecken spielen. Best friends forever. Rapala. Also hätte ich nicht den ganzen Keller voller Köder. Ja, ist jetzt der Zeit für Rapala-Köder. Boah, Rapala ist so gut, ne? Best friends forever. Digga, ohne Witz. Wer da in diesem Team sitzt und die Werbung macht, ne? Den muss man 20 Geizelungen geben. Erinnerst du dich noch an den Streit, Matze, Koch und Veitwilde? Wie Rapala reagiert hat mit dem weißen Wobbler? Alter, Digga, Mann, ey. Einfach alles richtig gemacht, königlich, Alter. Schön, ey. Ey, Rapala, wirklich, Hut ab. Geiler Werbespot, Mann. Ey, der war echt cool. Danke, du, dass du mir das gesagt hast. Ich hätte es verpasst, ey. Weil ich glaube, es haben viele geskippt und ich habe das Ding einfach nur gesehen und gesagt so, nein, das machen sie nicht. Oder wie der seine Flossen vor die Augen macht. Ja, mega cool. Also da war Mühe dabei. Das hat mir sehr gut gefallen. Weil das sind so Werbespots, mir ist scheißegal, welche Spiegelfolie einbaut, aber das ist was, das brennt sich rein. Oder auch der Slogan Best Friends Forever ist halt wirklich genial. Vor allem, weil ich ja immer leste über gewisse Slogans in letzter Zeit von gewissen Angelfirmen, die wir jetzt hier nicht nennen, sonst kriege ich wieder Ärger. Aber es gibt Angelfirmen, die haben jetzt nicht so die besten Slogans, finde ich. Die haben einen geilen Markennamen. Besten. Wir haben den Besten-Slogan. Also wie gesagt, Rapala, Hut ab, fand ich sehr, sehr geil. Hat mir sehr gefallen. Auf jeden Fall. So, jetzt habe ich ja das Scoreboard weggemacht, Alter. Lass mal aufs Scoreboard. Wir talken schon wieder. Ach, erst eine halbe Stunde, Alter. Die gar nicht. Ich bin heute gar nicht mehr gewöhnt mit den 10-Minuten-Folgen. Ist so, Mann, ey. Weil ich meine, ich bin nach 10 Minuten fertig, Alter. Ich bin froh, wenn ich die 8 Minuten erreiche, damit ich das monetarisieren kann, ey. Sie war nur 6-Minuten-Standbild von dir. Möcht man einfach, wie viel Spaß mir das Ganze hier schon wieder macht, ey. Wir müssen ja auch viel aufholen. Wir müssen ja auch viel aufholen. Das stimmt, das stimmt, ey. Lass mal, Redfin, ich fange mal ganz unten an. Redfin, wir haben diesmal nur einen einzigen Tag diesmal, ne. Und Redfin hat sich ja gut geschlagen in den Vorrunden. Sehr gut sogar. Aber jetzt machen sie gefühlt da weiter, wo sie beim letzten YPC-Bears aufgehört haben. Was ist da schon wieder los, ne? Was ist da schon wieder los? Ganz, ganz crazy. Fangen auf einmal wieder gar nichts, ey. Sehr, sehr schade. Ich glaube, es liegt aber auch viel am Wetter. Weil die haben ja auch gesagt, die haben sogar zwei Tage Pause zwischen den Dingern gehabt. Da hat Mike auch was sehr, sehr Spannendes zugesagt, ne? Da hat Mike auch sehr, sehr Spannendes was zugesagt. Wenn zu viel Pause ist, dann verliert man die Verbindung zum Fisch. Man weiß nicht, welche Köder man angeln muss und sowas alles. Man versteht den Fisch nicht mehr und muss alles wieder neu rausfinden. Und deswegen fischen sie morgens erstmal alle Köder durch und gucken, was läuft, ey. Was richtig smart ist, ey. Mike, alter. Grüße gehen raus, Bruder. Auch was ich so spannend bei Mike finde. Der Mike ist ja überhaupt kein Local. Gut, er hat seinen Local dabei. Aber allein diese Erklärung zu sagen, ja, wir haben festgestellt, so Minus und sowas, da gehen eher die kleinen Barsche drauf. Aber wenn wir sozusagen so Sonnenbarsch-Imitate machen oder eben dieses, den Schwanz-UV eintunken, dann gehen die Großen drauf. Also ich finde es auch spannend, wie die das geschafft haben, wirklich so viele Informationen zu sammeln in diesen wenigen Trainingstagen. Er hat ja auch einen Guide dabei. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt, gerade mit den Ködern. Weil gefühlt ändert sich ja da ständig was. Und auch das Gewäste ändert sich ja ständig. Und deswegen, also ich finde es auch spannend. Und das muss ich sagen, allgemein, das ist, glaube ich, das Spannendste bei Bass beim Format ist, mit welchen unterschiedlichen Ködern die angeln. Der angelt ja gefühlt keiner mit den gleichen Ködern. Natürlich mal mit dem Searchbait und so, aber gefühlt fangen die mit jeder Scheiße da in dem See was. Gefühlt mit jeder Art von Köder. Ja, wir wissen auch nicht, wie der Ageldruck da ist in dem Gewässer. Und deswegen denke ich mal, umso ausgefallener der Köder, desto besser ist es wahrscheinlich auch. Deswegen knallt die Zikade wahrscheinlich auch so rein von Daniel, Alter. Ja, oder auch der Danny von Zeck. Ja, zum Beispiel. Den kennen die einfach nicht, den Köder. Die, wenn ihr lebt, haben noch keinen Zeck-Köder gesehen haben in den Gewässern. Übrigens ist mir gerade noch ein Spruch eingefallen, ne? Du hast ja gesagt, dass Mike kein Local ist, ne? Aber stell dir vor, er macht eine Diät, dann ist er auch Low Cal für Low Calories. Ja, okay, lassen wir das. Ich habe euch gesagt, Leute, vergiss das mit dem Niveau einfach. Ihr habt jetzt drei Wochen Zeit gehabt, das mal so ein bisschen zu genießen. Jetzt ist es wieder vorbei, ne? Oh Mann, Alter. Dann kommen wir in die Kindergartenstube rein. Mit 13 Fishing und Savage Gear haben zwei Gefische. Aber noch nicht einen Kilo-Fisch gefangen, ne? Noch nicht einen einzigen Kilo-Fisch. Was ein bisschen schade ist. Aber da ist ja noch alles drin, ne? Das sind ja zwei Fische, jeweils mit einem Kilo. Und man ist wieder oben in den Top 4 drin, ne? Ja, aber die anderen haben halt auch einfach ein Kilo mehr. Also wie gesagt, ich habe schon ein bisschen meine Sorgen mit Redfin und Savage Gear. Weil du hast halt wirklich nur den Tag und die haben jetzt einen halben Tag weg. Ja, aber guck mal, musst du überlegen. Redfin und Savage Gear sind eigentlich auf dem gleichen Niveau wie ein Molex. Weil Molex hat nur zwei über ein Kilo Fische und der Rest Kinderstube. Hast du recht. Wenn sie Keeper fangen, passt das schon, ja. Du hast recht. Und wie gesagt, du hast nicht dieses extra Kilo bei Topwater. Also ich sehe die da in der gleichen Position. Da muss man zwar noch fangen bei 13 Fishing oder bei Savage Gear. Aber ob du jetzt fangen musst oder verbessern musst, ist natürlich... Haben ist natürlich erst mal besser als brauchen. Ja. Aber wenn das Ergebnis dann hinterher stimmt, dann kommt es aufs Gleiche hinaus. Und wir haben gesehen, wie knapp das immer war. Also es gilt auch, jeder 100 Gramm in dem Turnier ist wichtig. Und ich glaube, das wird jetzt nochmal bei dem Tag nochmal wichtiger werden. Ja. Und dann guckt der Zeck an, Junge. Zwei Fische, Alter. Und schon kratzen sie an Platz vier, Alter. Das ist einfach eine Meisterleistung, die Eule da schon wieder abgeliefert hat, oder? Wie gesagt, ich finde es immer noch alles fake. Letztes Jahr, ich weiß noch, wie ich mir die Streams angeguckt habe, das Trainingsvideo von Markus Eule, wo ich mir gedacht habe, der ist ja schon ganz lustig, aber angeln kann er nicht. Also das ist... Was hast du heute gesagt, Alter? Ich meinte so, Alter, Eule hat schon wieder ein Trainingsvideo rausgehauen. Und ich so, ja, jetzt glaubt in die Scheiße keiner mehr, dass er nicht angeln kann. Ich weiß nicht, wir am Sonntag im Stream angucken, aber ganz ehrlich, ich glaube euch gar nichts mehr zu zeigen. Ich glaube, es gibt absolut nichts mehr, wenn es um Trainingsvideos geht. Der Eule ist so ein... Weißt du, du hast gedacht, wo du gehört hast, Johannes und Eule auf einem Boot. Ich bin wieder ein Arschloch. Ich hoffe, dass mir nie Markus eine in die Fresse haut. Aber ich dachte mir so, ja, schön, dass sie Eule zum Kescher mitgenommen haben. Ist ja nett. Johannes wird es machen. Aber wie krass, halt auch Eule fischt schon wieder. Jetzt kann man sagen, die haben jetzt nicht viel, aber die ziehen halt echt da Sachen raus, wo du echt mit dem Ohren schlackerst. Ja, Mann. Wo du wirklich sagst, das ist, glaube ich, der Top-2-Fisch, ne? Nee, der Top-3-Fisch. Ja. 1,90 und von Abo nochmal 90. Aber was die... Das ist verdammt zack, Leute. Das ist kein Best. Also die haben gefühlt nicht mal Best-Köder. Gut, jetzt, die werden umlabeln und den Danny zum Best-Köder machen, aber weißt du, was ich meine? Ich hätte denen nie Expertise zugetraut, wenn es um Best-Fischen in Italien geht. Weil ein Best ist ungefähr so weit weg wie ich von einem Top-Sportler, wenn man jetzt Gels und einen Best vergleicht. Also da ist alles anders gefühlt. Und ich finde krass, wie gut die das machen. Und ich glaube auch nicht, dass die zwei so ein mega krasses Best-Netzwerk haben. Also ich glaube, da ist wirklich einfach sehr viel Können und sehr viel Glück mit der Köder, weil die einfach die Fische nicht richtig kennen, wo sie einfach richtig gut angeln. Also ich genieße das wirklich. Und auch, wie die zwei sind, die harmonieren so gut. Das hätte ich auch nie gedacht. Weil Johannes habe ich immer so als seriösen Angler wahrgenommen. Weißt du, der ist sehr ernst. Der mit Eule eher, der sagt, ich angel halt und nebenbei haben wir noch Spaß. Also, aber die harmonieren ja so perfekt. Das hätte ich nie gedacht. Das ist schön, ne? Zack ist für mich eine wahnsinnige Überraschung bei PC Best. Das ist richtig geil. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das ändern wird, wenn Eule dann mit Chris fischt. Alter, das wird... Mal gucken, ich bin gespannt. Aber bei ZEK könnte es halt scheitern an dem Problem, was sie den ganzen YPC Best überhaupt haben, die Fische zusammenzukriegen. Das war immer das Problem. Wenn sie Fische fangen, dann richtig gute. Aber die Fische müssen wir erst mal haben. Jetzt haben sie noch einen halben Tag. Ich bin gespannt, ob sie das schaffen. Ja, wobei sie es halt... Die brauchen ja nicht mal die Fullcard. Wenn die jetzt noch weiter, sag ich mal, noch ein 1,5... Ah, ich glaube schon, dass sie die Fullcard brauchen. Ich glaube schon. Es ist halt immer nur noch vier Plätze. Das ist halt immer noch das Ding. Also, ich glaube, sie können immer noch wieder glücklich auf den Vierten rutschen. Also, bei denen mache ich mir weniger Sorgen als bei 13 Fishing. Ja, okay. Weil die haben also gefühlt weiß zack, wo sie angeln müssen, zum großen Lurker zu fangen. Und bei den anderen habe ich immer das Gefühl, die tun mehr so in so Fischschulen angeln. Also, gefühlt... Ja. Ja, es ist das Böse. Ich kann mal wieder sagen, der Turkle ist das Böse. Aber ich habe schon das Gefühl, dass was zack die besseren Spots hat. Und die Spots halt auch geben. Ja. Und natürlich bin ich Fanboy und wünsche mir natürlich auch, dass zack weiterkommt, ganz klar. Und dann kommen wir zu einer Überraschung. Abu Garcia nur auf Platz 4 zur Hälfte des Tages. Was ist da los? Was ist da los? Ha, Turkle, jetzt mal dein Fachwissen. Was ist da los? Ich glaube, die lassen es einfach entspannt angehen. Die haben mal den ganzen Angeltag nicht geangelt gefühlt. Also, ich glaube einfach... Vielleicht denken sie auch, Mike, das ist ein bisschen einfach. Vielleicht haben sie sich selbst Würden auferlegt, dass es nicht so langweilig ist. Oder Toni kam irgendwie am Vortrag und hat gesagt, macht mal bitte ein bisschen langsam. Der Turkelton und der Icey, dann regen sie sich immer auf, dass es so langweilig ist mit euch. Macht mal langsam am ersten Tag, dass die nicht wieder rumjammern können, dass es alles Cheaterei ist, was hier passiert und dass sie auf dem ersten Platz sind. Lass ihn... Macht mal entspannt, Jungs. Macht mal entspannt. Ja, und dann haben wir noch B1. War für mich völlig überrascht, wie gut die heute waren. Das ist also auch nicht böse gemeint. Aber dass sie gleich so reinhauen, also die haben ja richtig gut geangelt. Ja, doch, mit diesen zwei, über ein Kilo Fischen. Das hat schon reingeballert. Dann die ersten, die die Full Card haben. Mit Rippie, Alter. Auch mega stark. Auch wenn, wie gesagt, wie ich ihn gerade schon erwähnt habe, in Verbindung mit 13 Fishing. Sieht jetzt stark aus erstmal, aber kann auch schwach enden. Ja, wobei ich halt immer noch glaub, dass du einfach ein gewisses Selbstvertrauen kriegst. Du kennst es selber beim Angeln, wenn du dann mal entschneidert bist, dann geht der ganze Angeltag anders, als wenn du halt wirklich den ganzen Tag rumschneidest. Also von dem her, und auch da glaube ich, mit einer Full Card im Rücken gehst du entspannter, nicht entspannt, aber entspannter, rein und angelst lockerer. Und wenn du nicht verbisst, angelst du, glaube ich, auch besser. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn du, so wie LMAB und Molex, sehr viel Fisch gefangen hast, dann gehst du erstmal entspannt rein, auch wenn da ein paar 500 Gramm Fritten dabei sind. Das ist, glaube ich, dann am Ende, egal, du musst dir auch sehen, es sind immerhin vier Plätze. Und es müssen erstmal alle gut fischen, dass da oben noch viel Gefahr ist. Also deswegen würde ich sagen, dass Molex schon, da würde ich mich festlegen, recht safe unter der Top 4 dabei. Ich glaube nicht, dass die mit ihren fast 5 Kilo sich groß Sorgen machen müssen, aus dem Ranking zu fliegen. Alles klar. Und natürlich die Top-Favoriten, ist ja ganz klar, LMAB, dank dem italienischen Einwohner, Christian Biretto, der Einheimische, dem Guide auf dem See. Was alles nur Notbehelf war, das finde ich so geil für die Rettung, dass es ja einfach Notbehelf war, weil es halt einen Ausfall gab. Ich finde das so geil, dass er sich auch so gut zeigen kann. Ja, hat er ja auch schon letztes Jahr bewiesen, ne? Ja, aber jetzt sozusagen als Ersatzkater einfach mal reinzurutschen und so abzuliefern, ist natürlich auch was aus meiner Sicht. Und Daniel ist ja sowas von geil drauf. Also ich weiß nicht, wann ich dieses letzte Mal ein Format so locker erlebt habe. Auch das ist, finde ich, eine ganz krasse Sache. Beim YPC Bass auch das letzte Male. Er kommt mir viel gelöster und viel entspannter vor als bei Bank und bei Boat. Ja, vielleicht ist es einfach auch das Bassangeln, was ihm so viel Spaß macht. Ich meine ja auch, die Weltmeisterschaft hat ja mitgefischt und sowas alles. Also es scheint ja richtig darin aufzugehen, wie man über Social Media und über den Videos von Hecht und Bar schon so erkennt, ne? Also scheint genau sein Ding zu sein. Vielleicht hat er das damals ja auch immer so gemacht. Hat er ja ganz früher gemacht. Haben sie ja auch gesagt, dass er ja ganz früher Bassangler war. Aber es ist schön, ihn halt so gelöst zu sehen, weil so Catman überhaupt nicht. Wenn man sich mal überlegt, das könnt ihr gerne mal machen. Ich habe das heute mal spaßhalber gemacht, weil ich das so geil fand, wie er abgegangen ist. Schaut doch mal YPC Bank Vorrunde Daniel an. Anderer Mensch. Ja, ist vielleicht auch ganz unter Druck, oder? Immer noch lustig und so. Und das hat mir auch gedacht. Da habe ich mir Boat angeguckt und bei Boat war auch, da musst du ihn ständig Enrico hochpushen, weil er echt immer am Boden war. Ah, okay. Erinnert dich nur an YPC Boat. Da war er ganz verkrampft sozusagen. Und ich hätte auch gedacht, vielleicht will ich sagen, dass er im Zweierteam ist und du halt nicht alleine schuld bist, wenn nichts läuft oder wenn was läuft. Aber ich glaube, wie du sagst, er hat einfach Bock auf das Bassangeln. Und ich glaube, mit Biretto kommt er auch super klar. Also es harmoniert auch sehr gut. Und das hätte mega schief laufen können. Überleg dir, YPC Boat damals mit Markus von Oi und, wie heißt mein bayerischer Kollege? Ziereis. Ja, genau. Herbert. Die waren ja auch ganz kurz so. Die haben sie ja kurz vorher nur ein bisschen gesehen und haben dann zusammen Boat angeln müssen. Und das hat ja überhaupt nicht gut funktioniert. Die haben ja überhaupt nicht gut gefangen. Und das war immer so das Gefühl gehabt. Die hatten zwei verschiedene Ideen, wie sie angeln wollen. Das ist halt bei Daniel und Christian überhaupt nicht. Die harmonieren halt wirklich perfekt. Das ist echt cool. Das war wirklich gut, ne? Markus von Oi und Herbert. Alter, wir haben auf dem YPC nicht gut abgeschnitten. Was machen wir? Lass Routen produzieren. Ja, du weißt, was ich meine. Das ist ja... Ich weiß. Sorry. Ich wollte nur einen kurzen Schuss loswerden, Alter. Ich finde, du hast auf dem Boot gemerkt, dass das halt dumm ist. Wenn du halt ein Turnier zusammenfischst und du lernst dich zwei Tage vorher kennen. Ja. Also die kennen sich natürlich auch anders. Aber ich glaube auch, wenn wir zusammen angeln würden, das wird auch ein bisschen erst dauern, bis du dich aufeinander einstellen kannst. Digga, auf jeden Fall. Klüppel, Junge. Geil. Vor allem, du wirst mich immer angucken. Was machst du? Tim, du bist tot. Was ist da los? Der hat seine Mindestgröße erreicht. Tim, wir sind in Holland. Bist du dumm oder so? Da steht schon der Wachmeister, der schreibt schon auf. Du hast gerade einen Meter echt totgeschlagen. Bist du dumm oder so? Und dann stehe ich da in meiner Lederhose und sage, ich bin ein Bayer. Ich mache das so. Jetzt machen wir ein Foto von mir, aber das Blut muss laufen. Richtig. Man muss da sehen, das ist da bloß. Sonst schreibe ich mal auf Instagram. Was soll das? Catch and Release. Ja, Mann, Alter. Ich stelle vor mir zwei Holland-Agenturnier. Das wäre doch lustig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast die Nummer von Kati. Ihr kriegt mich aus dem Gefängnis wieder raus. Ja, das war es erst mal soweit. Sonntag geht es wieder rein. Wie sind deine Erwartungen, mein Lieber? Wie sind deine Erwartungen? Was ist deine Top 4? Diesmal sage ich es nicht zuerst. LMA Bmolex. ZEG. Und B1. Okay, ich bin diesmal verrückt. Ich sage LMA B. ZEG. Redfin. Und Abokassia. Ich glaube, dass wir Redfin, dass die irgendwie nochmal voll Gas geben. Ich würde es denen voll gönnen. Weil ich Ken mega lustig finde und Martin auch. Und es wäre halt mal wieder so ein Ding für unseren Talk. Vom letzten auf den vierten Platz. Yes. Ja, Mann, Alter. Das fände ich cool. Ich würde es natürlich jedem gönnen. Weißt du ja, ne? Weißt du ja. Ja, auf jeden Fall. Wir beide. Aber wie gesagt, das wäre halt cool, wenn Redfin noch irgendwie jetzt vollkommen ausrastet. Und halt da irgendwie, keine Ahnung, vier, zwei Kilo Fische da rauszieht oder so. Kann ja alles passieren. Wir haben es ja auch in den Vorrunden auch gesehen. Was da für Fische drin sind. Und wäre halt geil, ja. Ja, auf jeden Fall. So, wie lange haben wir jetzt hier? Warte, warte, warte. Du musst erst noch Fanmanagement machen. Du hast viel zu wenig Fanmanagement in den letzten Wochen gemacht. Leute, wir sind eure Top 4. Schreibt es in die Kommentare. Tut den Algorithmus was Gutes. Daumen nach oben nicht vergessen. Abo dalassen, falls ihr ihn noch nicht habt. Ihr wisst, Abo Garcia. Und wir sehen uns am Montag wieder. Aber die Abschlussworte, falls ihr im Wasser seid, Digi Spiedringer ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund. Und die Abschlussworte hat mein Freund Törketen. Und schön, dass du wieder mit dabei warst, Digi. Meine Abschlussworte, vielen Dank, dass ihr gewartet habt. Vielen Dank für diese super lieben Kommentare in den letzten Wochen auch immer wieder. Glückwünsche an Törketen. Und also die Glückwünsche seid. Gute Besserung an Törketen und so. Das war mega schön. Vielen lieben Dank und wir sehen uns am Sonntag, Leute. Bis zum nächsten Mal.